Greifen Sie hier und da doch einmal zu einer Brille und entdecken Sie neue Perspektiven oder lassen Sie an der großen Kugelmaschine mal sich vom Lauf einer kleinen rollenden Kugel überraschen. In diesem Jahr ist die Ausstellung besonders interaktiv und lädt Sie ausdrücklich zum Mitmachen ein. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt, ausprobieren lohnt sich immer. Der Perspektiven ist ausprobieren McDonalds. In der Schüttmühegau, in der Interaktivität, in der Bromofsky-Botsky-Botsky-Botsky-Doh-Ski-Dah. Musik Ja meine Damen und Herren, der Kunststern hatte von Anfang an ein besonderes Konzept. Er bringt die Kunst vor Ort hierhin, mitten in den Einkaufstrubel, neben Bekleidungsgeschäften, Bäckereien oder Parfümerien. Die Kunst lädt ein, innezuhalten, zu staunen, Neues kennenzulernen. Mit diesem wirklich ungewöhnlichen Konzept, aber besonders erfolgreichen Konzept, ist der Malerstern übrigens mittlerweile weit über die Stadtgrenzen in Mal bekannt. Und in dieser Art eine der größten Ausstellungsräume überhaupt im Ruhrgebiet. In diesem Jahr sind Künstler und Künstlerinnen aus Köln, aus Krefeld, aus Wuppertal, aus Lengede, aus Heidelberg, ja sogar aus Rio de Janeiro dabei. Als Bürgermeister freue ich mich natürlich sehr, dass so viele interessierte Künstlerinnen und Künstler bei uns in Mal zu Gast sind. Wir sind eine Stadt der Kultur. Sie stellt sich hier in Mal sehr farbenprächtig und sehr facettenreich dar. Insofern herzlich willkommen. Ich freue mich aber auch, dass zwölf Künstlerinnen und Künstler aus Mal dabei sind, die die hiesige Szene repräsentieren, die ebenso facettenreich ist und so unterschiedlich, wie sie sich sie eben darstellen kann. Herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind und ein schöner Gruß insbesondere auch an die Maler. Komplexe. Der Pordolio wird auf dem Boden geflogen und der Stoffe ist auf dem Boden geflogen. Und der Boden wird in der Stoffe geflogen. Und der Río. Río Césarero. Mordi zum Mola. Duaseltra. Duaseltra. Hatschi. Herr Parafdangelio da in San Agorea. Polizian Parasaloka. Allah bize tutar. Ama ben hiç diyorum size. Canino bu patalı. Arkadaşlar burada da çok yemek var bizim için. Menefisi geldiniz buraya. Sağol arkadaşlar. Sağol diyorum. Sağol diyorum.